ja wir haben jetzt weihnachtsfeier und wir freuen uns sehr weil auch das jahr 2023 war ein hervorragendes jahr auch erstmal dann noch mal an die ganzen mitarbeiter auch noch ein herzliches dankeschön auch hier noch mal in diesem video wir freuen uns natürlich jetzt erst mal 2023 auszuklingen ja ich glaube wir sind heute mit 18 leuten hier zwei oder drei leute fehlen aber auch noch mal liebe grüße an euch gut dass ihr da seid und wir freuen uns auf das jahr 2024 und in diesem sinne an alle da draußen schöne besinnliche weihnachten liebe grüße dein christian ganz kurz noch mal wenn wir gleich eintreten in das restaurant wenn wir gleich noch amando kannst du kurz zuhören das heißt also wenn wir gleich da noch mal reingehen geschmeidig benehmen wenn aber die location ein bisschen ruhiger wird und die leute ein bisschen langsam gehen dann können wir natürlich am anfang unseren pegel zu erhöhen step für step step für step mal lisa ja auch da noch einen wunderschönen guten Abend meine lieben freunde wir haben uns ja alle versammelt gemeinsam böhrlich essen gehen ja auf jeden fall guck mir in die augen und sag ob du den schmerz siehst stefan ich werde wahrscheinlich hier gerade eine aussage tätigen die dem florian nicht so gefallen wird aber wenn bitcoin 120.000 euro erreichen sollte ja ich betone euro dann werden wir gemeinsam einen urlaub machen alles klar ja 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 was haben wir mit hier okay also ich sag euch ganz ehrlich das ist nur eine frau das kann nur eine frau sein warum ich schon hundert prozent dass das eine frau ist weil ich erkläre euch gerne warum das ist die schiena was ich denke das ist die schiena Wir müssen wissen, wer hat Christian beschenkt. Wahey! Wahey! Achtung, Achtung! Für nächstes Jahr. Kleinste Geschenk. Aber das teuerste Geschenk. Aber das teuerste. Klein, aber hoch, hoch. Da hat dir jemand was geschenkt, der müsste gerne machen. Ist das ein Berg hier? Ah, ich weiß schon wer. Oh, ein Kaktus. Das ist ein Cupcake. Das sind Socken. Nein, das sind Socken. Nein, der hat ja noch nichts. Du hast nichts, Lisa. Lisa, du? Nein, Lisa noch nicht. Das ist sogar auf Kamera. Diese Person hat sich verraten. Ihr müsst das spielen. Leute, ihr habt das nicht gesehen. Wer war's? Micha. Das ist Kaffee-Beschiss. Nein! Nein! Was ist denn jetzt noch im Spiel? Jenny ist noch im Spiel? Zwei Leute. Ja, die Schüler hat schon. Zwei Leute. Dann nehme auf, dann werde ich die Würze. Oh! 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 Ist das ein Babyfunk? Das ist so was ich sagen. Ich dachte auch. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja! Oh! 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 Wer auch immer das war, der hat sich Gedanken gemacht. Ja! Warst du? Nein! 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 Das ist es! Ja! Kaffee-Hook-Warmer! Oh! Okay! Sorko-Rotter! Oh! Oh! Du bist das! Warum, Bro? Du bist das! Weil du weißt ja so viel, dass du das hast! Ja! Ja! Nein! 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 Ich bin jetzt aufschauen! Ich bin jetzt aufschauen! Guck mal, Bro! Das ist für dich die erste Starter-Packy! Die erste Zigarre bei dir daheim zu machen! Perfekt! Ich bin aufschauen! Wow! 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 Ich möchte gerne kurz noch mal was loswerden! Also der Florian und ich haben hier einiges an Seiten geschrieben. Wir möchten euch recht herzlich für eure Zuarbeit bedanken. Wir sind froh, dass sie alle, die hier in dieser Runde sitzen, ein Teil dieses Teams sind. Im Jahr 2021 sind wir mit einer Runde von 4 Mitarbeitern gestartet. Hierzu möchte ich gerne ein großes Dankeschön an den Timser. Der Tim, der seit Anfang an dabei ist, keine Stunde, jemals gezögert hat, um nicht an das Telefon zu greifen, denn sein Telefon ist sein Westerfrau. Der Daniel und der Christoph, ruhige Gemüte, immer zu aller Spesen dabei, aber auch seit Anfang an am Analysieren und tatkräftig am Traden. Durch ihre Gelassenheit und durch ihre Zuarbeit in den Themen Kryptowährungen, Analysten und aber auch dem Trading sind sie ein sehr großer Bestandteil der Firma der Sondershausen Media GmbH. Wir haben das Team seit eineinhalb Jahren tatkräftig unterstützt und auch da möchten wir vielen lieben Dank sagen an Daniel und an Christoph. Wir sind froh, dass wir euch im Team haben und vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Auch hier ein herzliches Dank an den Michael. Michael, der seit eineinhalb Jahren tatkräftig auch den Hörer stützt, Menschen abholt, um auch der gemeinsamen Vision einen großen Teil beizutragen. Auch selbst da, mit selber und Höhen und Tiefen hat er nicht jedes Gespräch gebuckt, aber das große ist daran, dass der Michael ein Teil dieses Teams ist. Michael, auch dir, herzlichen Dank, dass du ein Teil dieses Teams bist. Gerne möchte ich natürlich aber auch Jakob Jans recht herzlich begrüßen. Ein junges, dynamisches Team, was durch ihre Analystenfähigkeit im Bereich Marketing, aber auch in der Videografie sowie in der Fotografie einen großen Bestandteil unseres Teams ablässt. Würden die Jakob Jans bei uns nicht im Team sein, würden wir niemals diese Möglichkeiten haben, uns so auf Social Media und auf den Webseiten zu präsentieren, wie sie haben. An den Aschort und an den Wahrheit, vielen lieben Dank, dass ihr ein Teil dieses Teams seid und dass ihr diese Mission und diese Vision begleitet. Wir sind froh, dass ihr ein Teil dieses Teams seid. Wir sind froh dabei, dass der Gese uns in dieser Sache unterstützt. Auch er hat durch den letzten zwölf Monaten einiges gelernt und hat natürlich auch seine Fähigkeit im Bereich Verkaufen, aber auch so die Skills der Menschenführung in Bezug auf die Strategiegespräche gelernt. Wir sind sehr froh dabei, dass du brauchst. Wir haben hier nun den liebsten Redakteuren aller Zeiten. Der Stefan, Stefan Lansan, ein Bitcoin-Maximalist, so wie man ihn nennt und so wie man ihn auch kennt. Der Stefan, der jede jegliche Währung nur in Satoshis oder Bitcoin berechnet. Wir sind froh, dass wir einer der schnellsten Redakteuren in ganz Deutschland haben. Stefan, wir sind froh, dass ihr ein Teil dieses Teams seid. Vielen Dank. Wir sind selbst überrascht, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren auch gerissen haben, sind aber sehr froh und wissen auch, dass das nur entsteht aufgrund dieser Teamarbeit. Wir sind jeden Einzelnen in dieser Position, egal ob es Designs ist, egal ob es die Buchhaltung ist, egal ob es die Production ist, aber auch egal ob es nur die Waren oder Ausgänge sind. Jeder von euch in jeder seiner Position bewirkt ein sehr, sehr großes in diesem Unternehmen. Wir, Florian und ich, sind sehr dankbar und sehr froh, dass ihr ein Teil dieses Teams seid. Nichtsdestotrotz, PS, nur von Christian, wird es wahrscheinlich nur einmal im Jahr sein, dass ihr mich so erleben werdet, wie ihr mich jetzt erleben. Ich bin froh, dass ihr Teil dieser Gemeinschaft seid und ich bin froh, dass ihr Teil dieser Vision und dieser Mission seid. Und ich möchte euch gerne nochmal, ich möchte es gerne nochmal kurz erwähnen. Nimmt es mir nicht übel, nimmt es auf dem Flur gar nicht übel, wenn wir im Alltagsgeschäft mal ein bisschen stressiger unterwegs sind. Wenn wir im Alltagsgeschäft mal ein bisschen direkter unterwegs sind. Aber eins möchten wir gerne gelos werden. Wir haben jeden Einzelnen von euch lieb. Jeden Einzelnen mit seiner Schuhgröße, mit seinen Schuhhänden und genauso aber auch mit seiner Optik. Egal ob Haare, egal ob keine Haare, egal ob dick, egal ob düns, egal ob verteilt oder egal ob es spielt keine Rolle. Wir möchten einfach recht herzlich Danke sagen. Vielen Dank. Vielen Dank.